I like to be in America. Auf den Straßen New Yorks ist dieser Song wie eh und je präsent. Sein Schöpfer und seine West Side Story immer noch eine Legende. Leonard Bernstein. Als Musiker so vielseitig wie kein anderer vor oder nach ihm. Und er hat sich in den letzten Jahren mit der New York Philharmonik auf dem Telefon. Es hat wirklich mehr als eine Generation von Musik-lovers in diesem Land und in diesem Land. Ready? Go! Du wirst gewinnen. Du denkst an den Menschen, die ihn kennen, die unter ihm gearbeitet haben, die von ihm inspiriert wurden. Tausende und Tausende Menschen, alle, die jetzt über die Welt laufen. Wir bezahlen ihm jeden Tag, wenn wir sprechen und nichts machen. Für seine Leidenschaften ging Bernstein bis an seine Grenzen und darüber hinaus. Die Welt liebte ihn dafür und wusste doch nicht um den Kampf, den er vor allem darum führte, als Komponist ernst genommen zu werden. In diesem Kampf liegt der Schlüssel zur Jahrhundertfigur Leonard Bernstein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017